Das ist Ernst Machwirt. Ernst Machwirt ist ein Taxifahrer. Hier wohnt er mit seiner Familie. Seine Familie, das ist seine Frau Monika, die Gabriele, die ist sechs und der René, der ist fünf. Wenn er Zeit hat, geht Ernst Machwirt gerne mal schwimmen. Das ist Ernst Machwirts Auto. Eigentlich ein ganz normales Auto, aber es hat dieses Schild auf dem Dach, damit jeder sieht, dass es ein Taxi ist. Außerdem muss jedes Taxi vier Türen haben. Diese Nummer sieht man auch nur an einem Taxi. Das ist das 842. Taxi, das es in Köln gibt. Und das ist das Wichtigste am Taxi. Das Taxameter. Das ist eine Uhr, die Herrn Machwirt und dem Fahrgast zeigt, wie teuer die Reise wird. Ernst Machwirt fährt Leute. 100 Meter, ein Groschen. 100 Meter, ein Groschen. 100 Meter, ein Groschen. Ich darf mich bedanken. Zehn Mark, sieben, acht, neun, zehn. Sechs, fünfzig, sieben, acht, achtfünfzig, neun, zehn. Danke. Ich bedanke mich. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen geht es so, ja? Ja, danke. Bitteschön. Warten auf den Nächsten. Starten, Uhr einschalten, Kupplung treten, Gang rein, losfahren. Bremsen, schalten, fahren. 100 Meter, ein Groschen. Warten. 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 Fahren, Schalten, Fahren, Warten. Rechtsrum, linksrum, Hausnummer suchen. 100 Meter für einen Groschen. Bitte 10, 20 und 1,20 Meter. Ich bedanke mich. Dankeschön. Für den Park, danke. Zwischendurch waschen. Und wieder fahren. Warten. Fahren. Tanken. Und wieder fahren. Von morgens um sechs bis abends um sechs. Heute hat Ernst Machwirt 19 Leute gefahren. Dabei hat er 15,2 Liter Benzin verbraucht. So viel. Er hat acht Koffer transportiert. Und heute 942 Groschen eingenommen. 94 Mark 20. 50. Und wieder fahren. Auf einmal. Auf einmal. Auf einmal fahren. Ja. Bitteschön. Hahahaha!